Aus der 4-Volt-Serie das kabellose Schneidewerkzeug mit Rundklinge, selbstschärfend. Genial! Für kilometerlange Schnitte. Wie es funktioniert? Achtung, Maler aufgepasst, ihr werdet jubeln! Die Abdeckfolie, eine Seite Filz, andere Seite Plane, wird entweder mühselig mit der Schere geschnitten, mit dem Cuttermesser probiert oder, Achtung, seit neuestem, mit der Rollklinge. Und nicht mehr, ja, so, wie von Mäusen zerfressen. Verschiedene Stoffe, Leder, Kunststoff, Verpackungseinheiten, Pappe, alles zu schneiden, mit einem Gerät. Selbstschärfend! Entschirf! Vielen Dank.